Hallo und herzlich willkommen beim a1 Update. Das derzeit schnellste Smartphone? Was das Sony Xperia XZ2 alles kann, liest du im a1-Blog-Test. Die neue Huawei P20-Reihe findest du im a1-Online-Shop. Wie sich das Huawei P20 Lite im Test schlägt, liest du am a1-Blog. Hast du bereits alle Vorteile von a1-Smile entdeckt? Du findest die neue Vorteilswelt für bestehende a1-Kunden in der neuen main a1-App. Das Samsung Galaxy S9 und S9 Plus gibt es jetzt wieder mit Eintauschbonus. Schnell sein und bis zu 450€ sparen. Mehr auf a1.net Alle Links wie immer in den Kommentaren. Danke und bis nächste Woche.